Sie kennen die Cup Cadet XT Enduro Serie wegen ihrer erstklassigen Eigenschaften, wegen ihrer starken Leistung und dem leichten Handling. Aber so haben Sie sie noch nicht kennengelernt. Wir stellen Ihnen die neueste Generation der XT2 Enduro Serie vor. Dieselben erstklassigen Eigenschaften, jetzt in einem starken und neuen Design, das alle Blicke auf sich zieht. Der handgenähte, voll einstellbare Sitz mit 38 cm hoher Rückenlehne und 10 Grad stufenloser Neigung und die Armstützen bieten besten Komfort während der Fahrt. Die Auswahl an Kawasaki Motoren und Tough Torque Hydrostartgetrieben bringt alles mit, um anstehende Arbeiten zu erledigen und noch viel mehr. Alle XT Modelle sind ausgestattet mit einem 11-Gate-starken Aeroforce Stahlmähdeck für extrem lange Haltbarkeit und optimierte Messergeschwindigkeit. Sie produzieren feinsten Grasschnitt für ein Premium-Ergebnis, bei jedem Einsatz. Die Fast-Attach-Messer einiger Modelle können in weniger als drei Minuten ausgetauscht werden. An allen XT2-Modellen ist eine stabile Frontstoßstange montiert. Ausgewählte Modelle sind mit einem Fast-Attach-Bürstenschutz ausgestattet. Verstärkte Radlager sorgen für einen leichtgängigen Lauf der Räder. Mit den AGM-Bleisäurebatterien klappt auch das Starten nach der Winterpause problemlos. Aber das ist nicht alles, denn die XT-Serie bietet noch viel mehr. Serienmäßiger Tempomat. Optimierte Lenkung mit beeindruckendem 17 cm Wendekreis. Differenzialsperre und Multitrack- und Turfmaster-Reifen für verbesserte Traktion bei jedem Wetter und Gelände. LED-Scheinwerfer. Leicht erreichbarer Filter, Treibstoff und Öltank für mühelose Wartung. Die korrosionsbeständige Lackierung von Rahmen und Achse bietet zusätzlichen Schutz. Und das Zubehör macht ihren XT unvergleichbar vielseitig. Extra stark ist auch die Cup Kadett Garantie. Die völlig neue Cup Kadett XT2 Enduro-Serie. Besser geht Premium nicht. Cup Kadett.